hurra es wird heute endlich wieder maritim auf meinem video kanal sommer sonne meer und natürlich sand und muscheln wie ich das alles in meine explosions box bekommen will inklusive meinem mini strandkorb das zeige ich dir heute in meinem anleitungsvideo ich bin am experimentieren und gespannt auf das ergebnis also bleibt dran es lohnt sich ganz sicher hallo und herzlich willkommen in meiner kreativwerkstatt schön dass du dabei bist ich bin angela von der stempel familie ich bin unabhängige stempel-up demonstratorin auf meinem kanal erwarten dich immer wieder viele kreative anleitungen und ideen dir gefallen meine projekte dann gibt mir noch gerne einen daumen hoch und abonniere am besten gleich meinen kanal das kostet dich nix aber du verpasst keine meiner weiteren ideen ich habe hier schon mal so ein bisschen eine maritime farm aufgebaut die projekte habe ich alles um letztes jahr gebastelt und mit anleitungen gezeigt dass die tasche und diese kleine schatzkiste ein boot gefaltet ein rucksack gefaltet diesen strandkorb in klein und auch in groß die kleinen projekte habe ich dann alle in meiner explosions box versteckt dann gab es auch noch maritime mini alben dieses hier zum beispiel auch dafür gibt es anleitungen ein stück kann ich alles verlinken oder fragt mich dann schicke ich dir das auch noch mal die ideen auf meinem blog sind ja auch zu sehen ja das war das maritime vom letzten jahr und heute möchte ich unbedingt noch mal eine explosions box und zwar möchte ich das set perfekter moment das stempel set noch einmal benutzen weil das geht ja jetzt aus dem jahreskatalog aus letzten tage des sets und verwenden möchte ich auch das stempel set wie muscheln eins der neuen setzt aus dem aktuellen mini katalog mit dem hatte ich schon mal diese drei lagen technik gezeigt und diese diesel karte also aufstellkarte kann man schön weiter verschenken netten effekt und auch diese mobile karte dafür gibt es auch eine anleitung übrigens der stempel nord zeigt morgen wenn du später das video anschaust zeigt aktuell eine ebenfalls eine maritime mobile karte verlinke ich dir sobald sie online ist dazu sehr gespannt sein sind man jetzt mit dem stempel nord zu basteln ja schauen wir mal ich habe das ganze projekt bis jetzt im kopf vorbereitet habe ich mir schon mal ein bisschen papier und dann habe ich hier mein tütchen echt los zu sein sogar muscheln drin sehe ich gerade den brauchen wir auch zumindest habe ich das auch im plan es soll eine schöne explosions box entstehen wo ich nachher den strandkorb mit rein baue die anleitung für den strandkorb die verlinke ich dir in jedem fall hier gleich oben beim video weil der ist ganz nett da kann man hier unten was nicht das reinpacken sie mal raus da stand jetzt auch schon eine weile so einfach gemacht sieht kompliziert aus aber total simpel und sehr schick was super ein jetzt schon ein bisschen sand auf dem arbeitstisch aber müssen auch opfer bringen das passt schon für meine explosions box dann sage ich mal alle maße an du legst dir am besten alles zurecht dann kannst du mit basteln und kreativ sein die grundform habe ich 21 x 21 cm genommen schon falsch linien gezogen weil sieben zentimeter und 14 cm das ganze um 90 grad gedreht und noch mal bei 7 und 14 cm das ist meine grundform außerdem habe ich ein stück farbkarton in grund weiß in den maßen 7 x 14 zentimeter darauf werde ich nachher sonnenuntergangs oder aufgangslandschaft gestalten mal ausprobieren für meine explosions box dann habe ich text für text zugeschnitten kleine felder in fünf mal sechs zentimeter etwa und kleine auflagen dazu die werden wir dann im einzelnen gestalten und für die box außen mattungen in den maßen 6,5 x 6,5 und dann aus dem tollen papier das ist im mini katalog passend zu der serie wie muscheln also sand und mehr gibt mit der prägeform schon gestaltet auf dieses spezialpapier das hat die maße 6 x 6 cm ich habe da einfach wild drauf los einmal den prägefolger abgeprägt mit der stanz maschine und daneben so zerschnitten dass ich sechs mal sechs zentimeter hier fällt ebenso kleine streifen die brauchen wir gleich für den deckel die blieben irgendwo übrig für den deckel das grundmaß habe ich genommen 12,2 x 12,2 zentimeter und drei um bei 2,5 gefalzt den kann ich auch dann gleich fertig machen da ist nicht mehr viel dran dafür habe ich noch eine auflage die habe ich auch geprägt mit dem spezialpapier in den maßen 7 x 7 bzw 6,8 x 6,8 eine weitere auflage in savannah ab karton in den maßen 7,2 x 7,2 da habe ich eine stanzung angebracht ausgestanzt ein stück klar sicht folie auch in den maßen 7 x 7 zentimeter und hier habe ich von der klebefolie weil ich da letztens eine idee mit schnipseln mit papier schnipseln gezeigt hat noch ein stück genommen von mit den maßen 7 x 7 zentimeter brauchen wir auch womit fangen wir an am besten mit der box meine box soll ausnahmsweise heute mal keine vier felder haben die nach unten klappen so wie diese box sondern soll so gebaut sein dass ich hinten wie so eine landschaft stehen lassen kann und das bedeutet ich schneide auf dieser seite einmal ein dieses feld können wir uns schon mal vorstellen stelle ich nachher hier auf diese seite wird die andere seite okay dass das mal schon wird nachher so zusammen auf der anderen seite hier drüben möchte ich taschen haben für diese taschen nehme ich mir nur ein falzbein hat haben wir denn da gerade für eins dieses genau aufhebhelfer und ziehe diagonalen in den eckfeldern in den eck quadraten beziehungsweise keine ich ziehe sie nicht sondern ich schneide sie gleich verdacht ich schneide ich hier gleich diagonal eine linie dieses feld schneide ich ab weil ich ja gesagt habe ich möchte zwei felder haben und eine aufstelle drei ist übrig mal sehen wofür hier drüben genau so mache ich jetzt auch so ich ziehe mir eine pfalz und schneide die dann auf das ging ganz gut und mit der letzten linie auch noch finde ich natürlich alles mit ihr schneider machen aber hier sehe ich das zu besser gegenüberliegend mache ich hier also auch ich schneide hier diagonal ein und dieses dreieck auf dieser seite auch kein menschen explosions boxen in dieser form damit kann man ja wirklich alle möglichen varianten weiter gestalten oder aufteilung haben möchte ich hab da letztes mal für einen wirkschocken das gibt sie gemacht jetzt falle ich hier die seite schreibe mir einfach schicke ich dir gern zu teile ja gern so das wären meine beiden fächer lasse ich erst mal so dass wir hinten wird meine wand jetzt habe ich lange überlegt wie mache ich das mit meinem aufstellen mit meiner landschaft praktisch ich nehme ein extra feld und klebe das dann hier rein bzw ich sehe gerade brauche ich ja gar nicht wusste doch beim experimentieren gibt es immer ganz neue ideen ich kann es ja hier drauf stempeln und dann hoch geht so machen wir das ich hab da schon mal ein bisschen vorbereitet ich sag mal so ich konnte damit ganz gut leben manch einem gefällt das vielleicht nicht aber wenn ihr schon mal am meer wart gerade im moment finde ich das so spannend wie unterschiedlich die schattierung sind und da gibt es dann manchmal auch so dunkle klecken und deswegen finde ich das da so gar nicht schlimm und wer das so mache nehme ich mein papierchen sieht das hier schon mal auf nehmen wir noch ein zweites zum abdecken nichts daneben geht und decke hier unten ab welche farben habe ich mir überlegt ich nehme heute der osterglocke ich nehme abend und dazu einen der neuen in colors und zwar das seladon ich weiß nicht ob man so spricht ich spreche es jedenfalls so und damit gestalte ich jetzt hier meine meerlandschaft meiner mein südsee vielen genau so nehmen als man den großen stempel vom wasser vorher vielleicht noch die kleine sind wird sich hier drauf wichtig ist auch das kann ja alles schön die von krumm sein wie das gerne bei mir ist aber die horizontale linie müsste gerade sein das muss ich irgendwie schaffen also ich nehme zuallererst aus dem set perfekter moment die sonne und lege jetzt fest an welcher stelle die linie lang läuft noch mal hier hoffe es ist kaum halbwegs gerade geworden ja das haben wir schon mal dann nehme ich als nächstes abendklau und jetzt wie gesagt die gerade linie das ist ja jetzt die lücke eindeutig für die sonne das ist schon mal klar und dann stempel ich hier weiter mit dem ersten abdruck glaube dass das ganz gerade läuft jetzt hier die nächste lücke für mich einfach auf auch mal den stimmel umdrehen notfalls den zweiten oder dritten abdruck nehmen da oben noch was womit ich gar nicht zufrieden eine linie noch gerade rüber ziehen jetzt funktioniert so kann man das machen kann man natürlich auch ganz anders machen nochmal kommt mein schwämmchen zum einsatz schon geliefert ja die bürstchen und hier noch so ein bisschen die lücken auffüllen und schon dann nehme ich mir als nächstes einen wolken stempel da gibt es hier so einen schönen großen sich auf einem block und gestaltet damit mit dem zweiten und abdruck in der richtigen farbe ich war ein seladon das hier kann man sich nicht konzentriert man auch heute läuft alles längst du denkst so zweiter und dritter abdruck die sind alle zu verwenden bisschen so dann haben wir als nächstes ein bisschen grün dann nehmen wir hier die zweige und da kommt jetzt endlich mein seladon zum einsatz mit mir gerne mal sprachproben schicken wie man es richtig spricht ich finde ich weiß die farbe sehr schön mag ich die neuen in colors so gut wie alle das ist ja schon mit bonbon rosa kann ich nicht so ganz viel anfangen aber alles andere das ist meine landschaft ist hier auch relativ sauber aber mal relativ sauber über die bühne gegangen so und was wird dann hier hinten nach oben geklebt okay das ist schon mal klar jetzt haben wir ja gesagt soll man so eine sand und sommer haben wir schon sand haben wir noch nicht probiere ich mal was zwar nehme ich jetzt mein meine klebefolie hier und ziel schon mal die eine seite und zwar diese und klebe das deckungsgleich dann rakel ich das ein wenig kennt man ja von aufklebern für autos gibt es so ganz spezielle und das von geocache wird gerakelt sonst funktioniert es nicht und jetzt ziehe ich die schutzfolie ab und so dass auf der anderen seite klebstoff in meiner box bleibt jetzt kommt mein sein zum einsatz habe ich kein löffelchen ich habe kein löffelchen nehme das ende von das ende vom falzbein und jetzt wird hier gesandet ausprobieren gibt es zu ich habe das vorher mit diesem materialien nicht probiert aber auch mir relativ sicher dass es funktionieren wird man glaubt dass kaum es funktioniert hier ist ein kleiner knick wo es nicht ganz haftet aber das ist okay mein sand der untergrund für meinen strandkorb ist geschaffen immer super okay hier wird hochgeklebt das ist die landschaft hier links und rechts werde ich jetzt einfach ganz weit lassen weil ich glaube das kann man mal machen es muss ja auch nicht über gefüllt werden und werde die ecken aufkleben dass ich die taschen habe und da meine text reinbauen das ist mal ein bisschen harmloser gestaltet ist da natürlich ohne ende losziehen und aufkleben und gestalten was das zeugelt aber ich bremse mich da mal ein bisschen aus heute nehmt klebestreifen doppelseitiges abreißklebeband auf die beiden spitzen auf die schrägen und klebe die jetzt so gerade dann habe ich meine tasche übrigens ist hier ein bisschen farbe geraten machen wir uns natürlich zu nutze und sinken nachher das mache ich aber später die kanten noch mal mit dem wenn sie so die andere seite genauso jetzt nutzt man gleich die schräge und legen es hier lang und jetzt weiter genau so das ist ja schon mal ganz nett das folie abziehen links und rechts und jetzt kommt man ein kleines bisschen fleiß und klebe arbeit ich wollte nur nicht was ich zu viel schon fertig habe dann sieht das immer so aus als ob du gar nicht mit passen kannst also hier die kleinen ex zugeschnitten jetzt in 4,5 x 4 cm das weiße stück da könnte ich was drauf stempeln das mache ich auch und zwar du bist einzigartig und wirklich ein schatz das finde ich hier sehr schön muss ich nur noch finden es ist dieser ist ein stempel runtergefallen könntest mich nachher daran erinnern dass ich den aufheben kannst du gerne in kommentare schreiben wie ich mich kenne fällt mir das morgen oder übermorgen wieder ein dann ist es zu spät also es wäre wirklich eine nette geste wenn das ein kommentar schreibt so du bist einzigartig und wirklich ein schatz das ist der einen tag und wenn du mal mehr willst natürlich das wird der andere gut rückseite gut dass wir eine rückseite haben zweiter abdruck ist natürlich besser wäre noch die möglichkeit ein bisschen zu gestalten mit muscheln und hast du nicht gesehen aber ich lasse das jetzt mal später vorsichtig nacharbeiten jetzt drauf auf meine text den einen habe ich schon mit der anhängerstanze weiter gestaltet die mattung vermitteln erste tag zweiter tag da habe ich mir jetzt noch mal die anhänger stand schiebe das hier rein und das aus so und dann das zweite aufkleben auch da mehr ausstalten gestalten geht natürlich immer weil mit mehr bei mehr bändchen obendran wir noch möglich noch nachher später machen kommt hier rein jetzt wird die wand aufgeklebt und zwar hier hinten kommt klebstoffwand schön sauber und das ganze wird zusammengeklappt gut aneinandergelegt so dass es von außen wirklich schick aussieht noch ein bisschen schieben und ich sehe gerade ich muss hier tatsache die schere kurz ansetzen und die wende nacharbeiten die wende nacharbeiten ist unschönes wort so stück nach weißt du immer wenn du mit falls linie ansetzt gibt es ja diese halben und viertel millimeter das schief werden könnte das passiert natürlich dann auch eine schöne landschaft gebaut wo dann jetzt hier mein standkorb reinkommt man sieht die sonne da um die ecke scheinen die text werden eingeschoben nummer eins und zwei auch da könnte man noch die becken abrunden und das ganze hochgeklappt super und jetzt gestalten wir außen vorbereitet habe ich ja schon gesagt die mattungen und die auflagen die ich aus dem spezialpapier geprägt habe heißt das richtige wort jetzt wird geklebt das geht hoffentlich ganz schnell und wenn ich mit kleben fertig bin zeige ich dir noch den deckel und da habe ich mir überlegt einfacher deckel klar kann man machen aber ein deckel mit einem schüttel element ist auch noch mal was feines dann werden wir das einfach zum schütteln und das ganze außen gehen und ich habe mir gesagt das spezialpapier bleibt jetzt außen dadurch wird dieser unterschied den es ja von der farbe her zum weißen macht nicht so sichtbar innen ist dann alles weiß weil auch da noch die möglichkeit ist dass man mit den blendings ein wenig verblenden so die landschaft immer diese geprägten teile so aufsetzen dass das gras möglichst nicht quer läuft ich habe auch schon die einzelne wichtigkeit alles andere was da so und drücken vielleicht noch dass die muscheln unten liegen und die grashalme und nach oben gehen das ist das wassergras wasserpflanzen wasserpflanze ist doch schon mal schön so und die letzte seite muss man jetzt das feld schon panik so schön kompakt durch das papier hat aber auch bei dem grundweisen karton ich nehme jetzt mal den anderen deckel schon mal in form zu halten bei dem grundweisen karton hatte ich das extra stark genommen einfach so normales tipp jetzt gut alles andrücken das sitzt schon ganz gut und jetzt widmen wir uns den deckel für diese box mache ich mal den sand weg auch wenn du es anst dass der sand wieder hin muss nachher und jetzt schneide ich hier und zwar immer rechts das äußere fällt ein weil das wären gleich meine klebeflächen also die seitenkanten und die klebeflächen und schneide jetzt im zweiten in der zweiten runde ein keil raus kleiner keil wunderbar jetzt bevor ich es klebe setze ich hier meine noch mal meine geprägte landschaft rein ist schon mal so schön klebe ich hier fest und setze ich genau möchte ich hier auch gut ausmitteln was überall die mattung schön und schnarche stehen bleibt dann habe ich diesen rahmen sagt noch mal das maß ein quadrat geschnitten in sieben mal sieben zentimeter und hier meine folie die klarsicht folie jetzt den rahmen bei um das doppelseitige abreiß klebeband gesetzt klebeschutzfolie abgezogen und klar sichtfolie drauf geklärt und abdecken so dass nichts übersteht was das können wir zum beispiel nachher dann in rein kleben in den deckel und noch einen netten gruß draufschreiben mache ich sicher später noch so haben wir jetzt brauche ich diese streifen sind auch im katalog auf der seite wo die klebstoffe sind also wo die leben sind gibt es auch diese tollen klebestreifen die machen sich einfach gut für alle schüttel elemente fast einmal umgereicht ein kleines stück nämlich noch die letzten streifen wichtig ist dass das hier komplett beschlossen ist sonst fliegt uns dann das kleine gemüse raus und man muss das natürlich richtig reißen man kann es auch schneiden letztens erst bei meinem sohn gesehen auch das doppelseitige abreiß klebeband anschneiden so das haben wir das haben wir hoch und ich mache jetzt folgendes ich gehe hier mal kurz mit meinem wischi waschi drüber und setzt hier noch so ein bisschen farbe ran nicht viel ein bisschen in blau und tue mir gleich auch noch mal und für die muscheln braunen farbton gucken was war nicht zu viel rings umgestalten hätten wir natürlich auch alles vorher machen können das weißt du jetzt weil es gesehen hat und jetzt bekommt das noch mal extra finde ich relativ witzig jetzt halte ich endlich mal gebe auch schon als nächstes gleich aber jetzt kommt mein stück element so jetzt ist die frage wenn du natürlich echte muscheln hast ich guck mal was hier so drinnen ist oder kleinen schmüllig um rein streuen perlen oder sowas ich nehme erst mal ein bisschen sand finde ich ja schon mal ganz witzig dass der echte sand drin ist und ich gebe es zu ich habe es mir nicht zurechtgelegt ich habe hier noch so ein bisschen perlen kram rumkulern von den letzten kannst meine perlen karte also ein paar perlen reihen die passen jetzt nicht 100 pro in der farbe aber da bin ich ehrlich da muss man auch noch mal verbringt so kommt hier rein also kleinkrauen was man da schön rein führen kann große kisten was da noch so auf anhebt zum vorschein kommt muss man stark sein ich gucke mal auf seiner schüttel elemente gibt in irgendeiner weise ins blingeln passen hier oben ja aber ich kann mal so das meister so jetzt sehe ich hier die doppelte klebefolie ab und da habe ich jetzt nur eine möglichkeit es muss also alles schön in der mitte liegen und alle seiten schön geschlossen seien und dann setze ich meinen rahmen mittig drücke ihn an ja das gefällt mir die sache schüttelt sich ziemlich gut überall gut gedrückt jetzt wird mein deckel geklebt die vier eckfelder einstreichen und zusammendrücken und klammern nehmen um das zu fixieren ja jetzt je nach zeit kannst du gucken ob du das ganze noch weiter ausgestalten möchtest oder ob du sagst jetzt reicht es wenn ich auf mein video zeit gucke weiß ich jetzt reicht so lange kann man auch gar nicht zuschauen wenn du bis zum schluss ausgehalten hat super ich danke dir ich setze das jetzt noch zusammen und schau mal wie ich das nachher noch ein bisschen weiter ausgestaltet und dazu gibt es einen beitrag auf meinem blog noch mal mit allen maßen und mit einigen bildern und wie gesagt alle maritimen elemente die sonst noch hier so rum schwören anleitungen dafür denke ich dir gerne ich habe auch eine playlist wo alles maritime ideen wird so jetzt und denken die wand steht also innen teil strandkorb rein klappen hoch grüße schauen ob da noch was drauf kommt außen gestaltung und der schüttel deckel und fertig ist meine maritime box element mit frankfurt und mit sommer sonne meer land und muscheln jetzt mal schauen sich die noch fertig ausgestaltet was da eventuell noch reinkommt bilder wie gesagt auf meinem blog fertig ist mein projekt für heute ich hoffe dir hat mein video gefallen dann gib mir einen daumen hoch da freue ich mich riesig drüber dankeschön willst du meine idee nach basteln speicher dir am besten dieses video gleich in einer playlist dann brauchst du später nicht lange suchen hast du fragen schreib mir einfach abonniere meinen kanal wenn du es noch nicht gemacht hast klicke auf die glocke neben dem abo button das kostet dich alles nichts aber du kommst regelmäßig meine idee alle maße findest du auf meinem blog www.stempelfamilie.blogspot.de die verwendeten materialien sind von der firma stempen up du kannst sie direkt über mich bestellen gern beantworte ich dir alle fragen dazu nun wünsche ich dir kreative zeiten bis zum nächsten mal ich freue mich schon drauf deine angela von der stempelfamilie